Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich glaube jeder von euch kennt mittlerweile die App BeReal, bei der es darum geht, dass man einmal am Tag eine Benachrichtigung bekommt und dann muss man innerhalb von zwei Minuten ein Foto posten, bestehend aus einem Bild von sich selbst durch die Frontkamera und von dem, was die Rückkamera sieht. Und nur wenn man dieses Bild hochlädt, kann man auch sehen, was alle deine Freunde in genau diesem Moment auch auf der Plattform hochgeladen haben. Es soll heute allerdings nicht um die Erklärung dieser App heute gehen, sondern um den Content, den die User der App da so hochladen. Da macht nämlich nicht nur jeder irgendwie so ein Schwachsinsbild wie ich jetzt so, hey, guck mal hier, ich sitze hier am PC, nehme gerade ein Video auf, sondern Leute geben sich da wirklich kreativ Mühe. Wie beispielsweise diese Jungs hier. Die haben ihn einfach innerhalb von zwei Minuten eine Entführung dargestellt bei BeReal. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, das war echt ziemlich zeitaufwendig und blöd und auch irgendwie hohl, das alles für einen BeReal zu machen, schaut euch ihn mal an. Er hat sich mit Kleidung in seine Badewanne gelegt. Generell werdet ihr schon sehen, dass die meisten dummen und witzigen BeReal-Fotos, die ich hier heute rausgesucht habe, von Jungs dargestellt wurden, weil ich glaube, dass nur Jungs so dumm sind. Mädels haben irgendwie Hobbys. Ich meine, warum machen Jungs sowas? Warum ist ein Affe mit einer Nerfgun? Oder auch beim nächsten BeReal. Da haben wir nämlich einen männlichen Schwimmer, der gerade ein Foto gemacht hat, wie er noch am Rand stand und dann, wie er im Wasser war. Also, da musste wirklich erstmal drauf kommen. Das nächste BeReal wurde von einer Person hochgeladen, die anscheinend relativ viele Haustiere hat. Nämlich auf jeden Fall zwei Schildkröten und ein Hund, der den Schildkröten beim Bumsen zuguckt. Und bei BeReal ist es generell so, dass wenn ihr euch auf der Plattform befindet, die Bilder so angezeigt werden, dass ihr erst immer ein Foto seht und in dem Foto drin ist dann nochmal als kleines Bild so deine Frontkamera. Deswegen kann man auch solche Sachen damit machen. Das grenzt wirklich schon an Kunst, das so genau zu timen. Was auch an Kunst grenzt, ist Make-up. Beispielsweise als Verkleidung für einen Clown. Hm? Ja, es ist schon weird, wenn man Leuten sagt, können sie ein BeReal von mir machen, also ein Foto machen, und dann wissen die gar nicht, dass sie sich auch selber fotografieren. Hier ist Queen Elizabeth genau in diesem Moment gestorben. Über den Tod von Queen Elizabeth brauchen wir, glaube ich, nicht noch weiterreden. Das wurde zahlreich getan in den letzten Wochen. Allerdings können wir uns hierüber unterhalten, denn die, naja, Filmen fotografieren einen Huhn, was kocht mit... Boah, ekelhaft. Hier liegt die ganze Clique im Krankenwagen. Und das nächste BeReal ist wahrscheinlich danach auch im Krankenhaus geendet, denn da hat sich eine Person einfach mal kopfüber in eine Müllhalde, Containerbox reingestellt. Wie heißt sowas? Müllklotz? Genau. Machen wir allerdings weiter mit dem nächsten BeReal, und zwar war dort eine Person im Zoo. Hat gefilmt, wie Leute mit Krokodilen Tricks vorführen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Hier bekommt eine Person einen... Ach komm, scheiß drauf, wir machen einfach weiter. Und zwar mit einem BeReal, wo tatsächlich die Polizei mit einbezogen wurde. Die haben nämlich die Person abgeschleppt... Nee, abgeführt. Keine Ahnung. Ihr könnt, by the way, mir auch mal auf BeReal folgen. Ich heiße da LaserLuca1, weil LaserLuca sich irgendein Idiot geschnappt hat. Was soll ich sagen, Bruder? Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten BeReal, und zwar ist das wieder eine typische Jungs-Situation. Oder Aktion. Oder Reaktion. Auf jeden Fall ist es was Typisches, was nur Jungs einfallen könnte, und zwar das hier. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie sich so gedacht haben, ey komm, wir machen BeReal, mach mal Kopfstand. Das nächste BeReal wird hochgeladen vom Designer, Friseur, Stylist, keine Ahnung was, auf jeden Fall irgendeine Person, die anscheinend mit Kanye West zu tun hat. Denn er chillt da einfach mit Kanye West. Das nächste BeReal, was ich uns rausgesucht habe, ist tatsächlich mal nicht von Jungs. Auch Mädels kommen auf ziemlich dumme Ideen, die dann auch oft die Feuerwehr mit drin haben. Die nämlich hier irgendwie einen Feueralarm hatten, und die kommt als erstes auf die Ideen, BeReal zu machen. Fun Fact übrigens, ich war locker schon, also ich bin in mehr BeReals drin, von Leuten, die mich gefragt haben, ob ich in deren BeReal mit drin sein kann, als ich selber hochgeladen habe. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich dieses Video hier gerade mache, weil diese App mittlerweile wirklich diesen Hype-Status so ein bisschen verlassen hat und jetzt wirklich etabliert ein Social-Media-Network ist. Hier ist eine Person in einem... Wie heißen denn diese noch? Tiger nicht? Irgendwas? Waren wir ein Panda? Nee, Löwen? Nee, was ist das? Ich weiß, was ist der Unterschied zwischen Tiger, Panda und Löwe? Da gibt es keinen Unterschied. Machen wir jedoch weiter mit dem nächsten BeReal, und zwar hat dort eine Person gerade einen verdammten Fallschirmsprung gehabt. Oder er hängt an einem Boot mit irgendeinem Ding. Das werde ich auch nie verstehen, ne? Wenn man denkt dann so, ja, wir sind immer im Wasser, ist ja nicht so schlimm, aber du hängst an einem Seil. An einem Boot. Wenn dieses Seil reißt, knallst du irgendwann auf den Boden. Und dann ist das Wasser genauso hart wie der Boden. Hier haben zwei Jungs einfach ein Loch gebuddelt und sich gedacht, komm, ja, lass hier, Birema, ey, das sind alles so typische Jungsaktionen, ne? Es ist unfassbar, was wir für ein dummes Geschlecht sind. Sie hatte allerdings auf jeden Fall gerade einen Autounfall. Das Erste, was sie macht, ist wirklich ein BeReal machen. Chillig. Das Ding, wie so das neue Ding, glaube ich. So jemand bricht bei dir ein. Hey, Einbrecher, bevor du gehst, können wir doch kurz BeReal machen. Wenn ihr mir übrigens bei BeReal folgen werdet, äh, da wird's nichts Spannendes geben. Ich bin unkreativ und dumm. Er hier hat die Unterwäsche von seiner Freundin auf dem Kopf. Ich frag mich gar nichts mehr. Sieht doch einfach lowkey aus wie Gurkensohn, ne? Wo wir allerdings vorhin schon einen Autounfall hatten, darf natürlich auch das hier nicht fehlen. Einfach an einer verdammten Klippe, Digga. Ich verstehe aber, no joke, auch nicht, warum alle diese Leute, von denen wir uns hier heute die witzigen BeReal Bilder angucken, immer anscheinend diese BeReal Notification bekommen haben, in einem Moment, wo es richtig krass war. Bei mir war das noch nie der Fall, aber bei mir passiert doch generell nichts Krasses im Leben. Er ist, äh, gerade dabei, sein Kaninchen aufzuschlitzen, chillig. Das hier ist auf jeden Fall das nächste BeReal, wo sich einfach die Mädels in die, äh, ähm, äh, ich hab's auch heute, was ist, Regale gelegt haben, Mann, ey, mein, mein, hier ist ein Typ gerade am Surfen gewesen und sein Kollege fällt ins Wasser, blöd gelaufen. Machste nix? Wer im Glashaus sitzt? Obwohl wir natürlich vorhin schon eine Person hatten, die an so einem komischen Seil, an so einem komischen Boot, über so einem komischen Wasser, an so einem komischen Schirm hingen, haben wir auch hier einen Fallschirmspringer. Gut. Die kriegen ihre BeReal Notification, wenn sie gerade einen Fallschirmsprung machen, was man vielleicht einmal in seinem verdammten Leben macht. Sie ist gerade im Krankenhaus. Ich frag mich wirklich nichts mehr. Und bei den Jungs ist wirklich alles schiefgelaufen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich gerade am Fahren sind oder ob die stehen oder ob er da wirklich aus dem Fenster hängt oder Superman sein soll oder sich aus dem Rückspiegel, Fenster da irgendwie raus, Rückfahr, Kamera, ist mir auch wirklich komplett egal. Guck mal. Ey, wir brauchen hier nicht mehr weitermachen. Aber ich hab noch ein paar. Und die hab ich nicht umsonst rausgesucht. Von daher zeig ich euch jetzt hier einen Typen, eingepackt in frischhalte Folie mit einem Schrimp im Mund. Hätten wir das auch geklärt. Die Mädels hier haben einfach mal die halbe Mikrowelle angezündet, indem sie eine Eierpackung angezündet haben und dort reingestellt haben. Wollt ihr im Gegenzug mal meine Be-Reels sehen? Ich beim Abendessen mit Sandra. Ich beim Autofahren mit Sandra. Ich am Videos aufnehmen mit Sandra. Jedes meiner verdammten Be-Reels ist mit Sandra. Und die hier haben sogar einen Hund, um sowas darzustellen, wie der Hund dann angeblich das Be-Reel machen würde, um sein Futter zu kaufen. Wie kommt ihr auf sowas? Wie habt ihr so viele Ideen und vor allem so viele Möglichkeiten? Ich hab gefühlt nur Sandra. Er ist... Ich will hier gar nicht mehr weitermachen. Die hier haben einfach auch einen Überfall dargestellt und eine Oma an den Start gekriegt und der gerade die Handtasche geklaut. Er war gerade mit dem Scooter unterwegs und kriegt jetzt ein Ticket von der Polizei, aber genau in dem Moment kriegt er seine Be-Reel-Benachrichtigung und kann was posten. Genauso wie die nächste Person, die ich euch hier rausgesucht habe, der einfach einen verdammten gestrandeten Wal entdeckt hat. Ey, mir fällt wirklich nichts mehr ein. Hier auch, Digga. Er kriegt genau die Benachrichtigung bei einem Gewitter und macht das Foto, während genau in diesem Moment ein Blitz einkracht. Und die Sache ist, hiervon ist nichts fake. Man kann bei dieser Plattform nichts faken. Das sagt ja auch der Name schon. Be-Reel. Du nimmst das Foto, was du machst. Du kannst nichts bearbeiten oder aus deiner Galerie nehmen oder es geht nicht. Diese Person hat sich gerade die Haare abgeschnitten und dann ein Foto davon gemacht. Bruder... Komm, ich zeige euch noch das Letzte. Da hat nämlich eine Person einfach seine Katze in den Ofen gesetzt und sich dann gedacht, Mensch, davon poste ich jetzt meinen Freunden gegenüber. Ey, komm, geht mir alle weg. Bleibt mir gestohlen. Wenn ihr Bock habt, edit mich auf Be Real. Ich glaube, es gibt ein Freundeslimit von irgendwie 10.000 oder was weiß ich. Dann kann ich halt irgendwann keine Leute mehr annehmen. Aber wenn ihr euch diese supertollen Bilder alle paar Tage von Samo mir angucken wollt, dann macht das gern.